Hey, ich habe einen super krassen Hack, wie du aus einem Hauptschul einen Realschulabschluss machen kannst und aus einem Realschulabschluss ein Fachabitur, mit dem du sogar auch noch studieren kannst. Hä? Okay, wie soll das denn gehen? Ja, ja, aufgepasst, und zwar geht das im Bundesland Hess. Und zwar musst du dafür einfach nur eine Ausbildung und ein bisschen Zusatzunterricht machen und dir wird automatisch der nächsthöhere Abschluss anerkannt. Alter, wie geil ist das denn? Krass, oder? Und das Ganze geht in über 300 Ausbildungsberufen. What? Okay, okay, wo kann ich mich informieren? Auf der Homepage von A zu B, da findest du alle Infos, wie genau das geht. Du kannst auch gleich noch einen Test machen, welcher Beruf am besten zu dir passt. Also, check's unbedingt mal ab.